Das ist bitter. Unkraut, hilf mir! Warum drehst du dich mit mir? Nein! Warum machst du das denn? Das Unkraut ist so programmiert, dass es sich mit der Kamera dreht. Das ist 2D. Das ist ein 2D-Modell. Nein. Oh, oh mein Gott. Wer hat mich weggedrückt? Ach, halt doch dein Maul. Ach, halt doch dein Maul. Was geht ab? Wir kommen zu einem neuen Scheiß aus Zetix. Das ist kein Scheiß, das ist Gold. Ihr sollt nicht so rumschreien, meine Eltern pennen wahrscheinlich schon. Meine sind gar nicht da. Wir spielen Golf with your friends. Das wird an sich kein einzelnes Format. Also das Spiel wird kein Format. Sondern wir machen jetzt einfach so ein allgemeines Format, wo wir halt mal irgendwie Trash-Spiele oder so zocken zusammen. Oder generell Multiplayer. Was? Ich dachte, wir zocken jetzt hier in Story-Mode. Echt so? Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Was gibst du zu sagen zu Golf with your friends? Das ist ein Golfspiel mit deinen Freunden. Aber das ist doch seltsam. Du hast doch gar keine Freunde. Kannst dich direkt wieder verpissen, bitte. Dead by Daylight-Aufnahme. Merle geht nur auf mich. Golf with your friends. Merle geht nur auf mich. Die Olle Hore. Hä? Was ist das Gelbe? Das ist, irgendjemand hat eine Waffel als Food. Das ist ein Pfannkuchen, Mann. All in one. Pancake, stand da. All in one? All in one. Oh. Die Pros sind angekommen. Okay, dafür kacke ich schon. Jumpen ist an, oder? Ja, ich habe zu stark geschlagen, direkt. Ich auch. Okay, das geht. Ich schlage schon wieder zu stark. Ich bin so dumm. Nein, nein. Fuck, Alter. Hallo. Es geht. Nein. Ja, ich habe es geschafft. Och Mann, ist das behindert. Seid ihr alle immer noch da? Ich komme nicht rüber. Ich bin drin. Nein. Ja. Boogie. Los, Merle. Washington ist halt so. Oh. Das war eins guter Schlag. Tidus mit der Waffel, Alter. Die macht mich nicht so fertig. Lass mal ein Pancake. Heiß Pancake, der macht mich nicht so fertig. Ach, Alter. Alter, kriegst du das geschissen? Scheiße. Es ist jetzt das zweite Loch. Haben wir ein Limit? Ist das dein Ärger? Was ist die Lust? Ach, danke schön, Will. Du musst ja nicht mehr hoch. So, und jetzt musst du noch zum Loch. Oh. Ach, so geht das eigentlich? Ja. Oder auch nicht. So kriegst du das Hole in One auf der Map. Oder auch nicht. Oder zehn Schläge halt. Du kannst dir ein Hole in One kriegen. Also wenn du die Null weglässt, dann ist es ein Hole in One. Oh, das hasse ich. Das ist so ein Kackloch. Finde ich nicht. Oh. Oh, so geht das. Danke. Kein Ding. Ja, moin. Und in zwei Schlägen drin. I got this, Jungs. Aber failed. Oh, Mädels. Birdie. Also was kriegst du eigentlich hin? Fels in Golf. Los, Titus, spring. Bist du so? Pancake ist drin. Ich kann, ich kann Tidus nicht zuschauen. Wie, was machst du? Weiß ich auch nicht. What the fuck? Tidus ist schon im Loch. Deswegen kannst du nicht zuschauen. Ja, aber vorher konnte ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie man beim Spectate Modus wechselt. Eigentlich mit der Maustasten, glaub ich. Alter. Get fucking... Also ich möchte nur mal betonen. Nur weil wir unendlich lange Folgen machen können, müssen wir es nicht. Ach so. Ach so. Ja, ja, nein. Was machst du beim Springstuhl? Das ist doch richtig. Da musst du hin. Da vorne ist das Loch. Ey. Nein. Das ist bitter. Simon führt hier mit einem Schlag. Das gefällt mir gar nicht. Was? Hä? Nein. Die Bäume, wir wollen mich verarschen. Alter, Merle, als auf, als auf, als auf. Hi, Merle. Hallo. Ich fahr rückwärts. Frau am Steuerungerheuer. Ups. Wann bist du jetzt gesprungen? Komm, Simon. Oh, nee, oder? Oh, ganz knapp, Alter, ganz knapp. Das war aber wirklich um Sackharesbreite. Schauen wir dem Pancake zu. Sauber eingelocht. Ja, wer kann, der kann. Oh, das war aber knapp. Alter. Was kriegst du eigentlich hin, Merle? Ich bin nicht so ein Schnösel. Ich bin nicht so gut im Golf. Ey, das ist Mini-Golf, Mann. Das hat nichts mit Schnöselsein zu tun. Das ist so cool, das Loch. Wee. Ja. Wee. Pancake führt. Ja, moin. Falsche Richtung, Weihnachtsmann. Macht denn der da drüben? Yes. Nein. 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 Oh, schau mal, wo ich bin. Oh. Ja, das war jetzt nicht so gut. Mein Pancake wabbelt. Alter, Mann. Das ist so scheiße. Gut gemacht, Simon. Oh. Oh, Tidus. Bitte aufzuspringen. Da, mein Boogie. Ich bin einfach zu gut. Nein. Nein. Ich hab's rüber geschafft. Nein. Wu, 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 wu. Oh, schau mal. Komm, Damon, zu. Okay, das ist fertig. Mit der Maustasse. Okay, komm, Männer. Aber es ist ein bisschen Delay, so. Es ist ziemlich ungewohnt. Bei mir ist kein Delay. Ja, bei mir schon ein bisschen. Oh, das ist cool. Ja, 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 ja. Nein. Nein. Hi, Tidus, was geht? Was ist viel? Bei dir? Auch nicht viel. Ich roll wieder rückwärts. Diese scheiß Waffel. Äh, Pancake, Mann. Nach der Runde müsst ihr, glaube ich, auch einen Hut haben. Ich glaube, man bekommt nach jeder Runde einen. Nice. Warte mal. Ich bin zu nah dran. Nein, komm, das ist so knapp. Ja. Wu. Ready. Tidus ist der Einzige, der aus der Reihe tanzt. Oha. Sorry. Oh, das war, glaube ich, richtig behindert. Oder auch nicht. Ich mache es einfach immer wie Tim. Nein. Nein, 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 nein. Oh. Lol, 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 als ob. Nein. Ist das ein Hole-in-One? Nein. Bitte mach, Merle. Ich hatte kein Hole-in-One. Es war so knapp. Ey. Merle, vielleicht solltest du so gegen die Kurve spielen, dass du da reinkommst und nicht genau gegen das Eckende knallst. Nee, das meine ich. Das Bomby fährt so, ja? Hier sehen sie eine Frau beim Minigolfe. Wuuu. Baum, steuhe. Umgeheuer. Du. Merle hat einfach schon das Doppelte von Simon. Oh, was war das nochmal? Okay. Ich check das nicht. Da versuche ich das auch. Ah. Das war, äh, das warst du, glaube ich, nicht. Hä? Hä? Warum hast du mich denn jetzt hochgeschmissen? Diese Windteile sind so verbuggt, Alter. Die funktionieren meistens erst, wenn du rückwärts wieder da hinkommst. Ähm, glaube ich packe mich gerade an einer Stelle fest. Ja. Oder? Doch nicht. Oh, cool. Nee, die Windteile, die sind ja nur manchmal, die sind ja nicht immer. Ah, verdammt rüber. Ja, moin. Hi. Oh, jetzt bin ich wenigstens da. Aber ich verkack mich, mit der Runde verkack ich mir meinen schönen Score. Oh, mh, das war nochmal ein schöner Schock. Oh, fick mein Leben, Alter. Immerhin noch weniger Schläge als Merle. Ich nehm alles. Die Mütze ist on point. Oh, scheiße. Trotzdem nur noch 20 Schläge unter dir, Merle. Immerhin hat dir fast jeder. Oh, das ist ein Drecksloch. Finde ich. Oh, nein. Nein. Du bist wild. Nein. Mann, bin ich gesprungen. Och, Mann. Ich krieg das Loch einfach nicht geschissen. Ich hatte es geschissen bekommen, aber dann bin ich vollidiot gesprungen. LOL, was? Ich bin zwischen den Skeletten durchgefallen. Das muss man auch mal hinbekommen. Hi. Hallo, Pancake. Wirklichkeit. Wui. Boah, das war scheiße. Das habe ich richtig kacke gespielt, das Loch. Was war das nochmal? Geht, ne, nochmal. Was? Ich kann mich an das Loch gerade voll nicht erinnern. Ah, das war das. Ne, das ist irgendwie voll unspektakulär. Das war fast. Ich bin fast reingekommen. Bim, bim. Wow. Die Musik ist so catchy. Ja, vor allem, man geht halt irgendwann mit, der Musik. Ja, man muss halt auch passen, sich zu summen oder so. Das ist ein kacke. Ich hasse Blindjumps, ne? Die sind alle für mich blind. Nein. Mit dem Springen kannst du ja richtig viel Distanz überwinden. Ja, ach ne. Also halt so, auch bei den kleinen Hügeln so voll. Birdie. Don't do this to me. Ja, 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 ja. Nein. Springen, Merle. Ja, gegen die Merle. Wir fangen Kuchen. Ah, jetzt krieg's wieder. Schön. Oh, das war geil. Ja, da hast du halt wirklich, du musst dir wirklich straight geradeaus stehen. Wenn du mit Fullspeed machst. Ja, aber mich hat's gerade weg von der Bahn geschleudert, ne? Ja, mich auch. Ah, ich hab zwei Schläge. Komme ich jetzt weiter? Ich wollte mich hier rausgeklatscht. Na, jetzt geht's. Boah, ein bisschen mehr Speed und du wärst sogar drin gewesen. Ja, ne? Warte, Merle, bist du schon drin? Ja. Look. Nein! Ich hab nicht die Abkürzung genommen. Was für Abkürzung? Das ist eigentlich auch fast der reguläre Weg. Nein, der reguläre Weg ist nicht der Tunnel. Nein! Das ist gut, Simon. Nein, nein, für mich nicht. Das sind wir einfach gleich. So ein Piss. 4, 3, 4, 3, 5, 6, 6, 5. Da weiß ich nie, wo ich hingehen soll. Ich glaub, das ist aber voll was. Oh, Fakt, das war die. Ja. Da kann ich nicht einschätzen, wie stark ich drauf schlagen muss. Äh. Same. Nein. Ich glaub, ich hab's richtig. Ich hab's richtig. Jawohl. Ach, Fick. Der Pancake ist im Loch. Hey, der Pancake ist voll cool. Ich lass mich hier rum. Nein, du hast eine Weihnachtsmütze auf im Sommer, ja. Ja, ich trag auch bei der Dead by Dayler auch noch einen scheiß Kapuzenmantel. Im Sommer. Ja. Fuck. Bei mir. What the fuck? Was macht denn der da? Das wird grad nicht besser. Oh Gott. Komm, noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Halleluja. Ach, wow. dachte ich mir auch. Ich will nicht da landen. Nein, 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 nein. Oh, der war sauber. Das ist scheiße. Der Pancake ist im Wasser. Das war knapp, Kollege. Ich hasse mein Leben so sehr. Oh, mit einem Schlag vor ihm. Oh. Nein! Nein! Tschüss Welt! Komm, 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 komm! Ja! Oh mein Gott! In zwei Schlägen! Als ob du es da rüber geschafft hast. Immerhin Power. Ja okay, wenn man da vorliegen bleibt, dann gehts. Der Pancake! Ich mache noch zu viele Schläge. Mach nicht mehr, mach nicht mehr. Du mich auch. Ach, das war die. Oh Gott, oh Gott. Ja, es ist gut hier eigentlich auf Fullspeed zu gehen. Nein! Nein! Dadurch kannst du voll übel abkürzen, das ist glaube ich gar nicht so scheiße immer. Naja. Ja, aber brauchst du echt Glück. Weeeee! Dass du da halt auch richtig landest. Das ist so eine coole Strecke. Ja. Rutschen! Wuuu! Wenn du hier stecken bleibst. Bitte. Oh komm, komm! Nein, nein, nein! Oh mein Gott, ein Millimeter! Dachgrad! Ich mag die Map vom Design richtig! Ja die ist echt nice! Es ist alles so simpel, aber... Du gehst noch mit zwei hin. Komm schon, komm, komm! Irgendwie bei jedem, ja. Hier, da hat er drei. Aber irgendwie musst du doch da ein Hole in One inbekommen. Ja, safe. Oh nein, da krach ich immer gegen einen Schritt. Ja. Ich auch. Ne, diesmal nicht. Wo bin ich? Oh Gott! Alter! Das ist ja ganz von vorne. Nein! Alter, man kann auch mit der Leertaste springen. Ja, aber das ist doch irgendwie ein... Das ist nicht irgendwie... Keine Ahnung. Wo müssen wir überhaupt denn... Ach, da hin. Fick mein Leben. Oh Gott, was ist das denn? Nein! Was ist... Jo, moin Simon, was geht's? Jo, nicht so viel, ne? Halt, ich könnte mir besser gehen. Diese Bahn hasse ich, Alter. Der hat's nicht auftritt. Ich weiß. Da ist der Pancake vor mir. Nein, der Schlag... Der Schlag war zu schwach, der Schlag war zu schwach. Ich hab trotzdem sieben... Bitte schaut, wo ich steh! It's Batman! Da wünscht man sich doch Kollision. Ein Punkt. Boah, knapp, Alter, knapp. Ein Point. Oh shit. Neun Punkte mehr. Neun Punkte. Ihr könnt jetzt mal nachschauen, ob ihr nen Hut bekommen habt. Ja, müsste doch eigentlich dann da stehen, oder? 25 Punkte, Tim. 25 Punkte. Ah, sie ist halt bei... Ach ne, 26 Punkte, Tim. ...gegenstimmen, oder? Schau einfach mal nach. Dann muss ich doch raus, oder? Ja, ja. Ich lade dich dann halt wieder ein. Titus und ich haben ja unsere Gang. Ja, wie geil! Was hast du denn? Ich hab ne Baseball Cap, oder halt was auch immer das ist. Also ne Cappy. Und ne, äh, Ding. Wie heißt das? Ne Wabe. Ne Honigwabe. Ich hab Dino-Eckness-Cream. Wobei, ich weiß nicht, ob das... Ah fuck, nein. ...ding sein, äh, auch Pancakes sein sollen. Halt viele Pancakes. Kein Plan. Laub mir nochmal ein. Keine Ahnung, was ich da bekommen hab. Ich werde es aber gerne noch aussuchen. Warte, 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 warte. So, wir spielen jetzt mit einem... Mit einem Puck. Der, äh, wir haben Bouncy Ground. Gravity ist geändert, das ist Kollision an. Und springen ist erlaubt. Holy fuck. Das bumst. Ich muss mal schauen, vielleicht hab ich auch mal das ein... Ich find's gut, dass Gold for Friends, ähm, anzeigt in-game. Dass du eingeladen wurdest. Ja. Und du es auch gleich annehmen kannst. Und du es auch gleich annehmen kannst. Sollten sich mehr Spiele im Beispiel dran nehmen. Ja. Depp in the ledge. Ja, 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 ja. Ich hab einfach ne Scheiß-Satellitenschüssel als Hut. Ich hab jetzt einfach ein Eilnest. Ich hab ne... Ich hab ne Detektiv-Mütze als Hut, man, Alter. Sherlock, ey. Ja, ich wollt's grad sagen. Das ist so... Ja, aber wie sieht die aus? Man kann die fucking Münzen im Steam-Community-Markt kaufen. Oh mein Gott, ich schau jetzt nach, Alter. Golf, Golf, Bio, Friends. Spiele. Wo ist es? Golf, 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 Golf. Ja. Wollen wir beginnen, oder? Ja, ja. Können wir machen. Okay, start. Auf geht's, meine Freunde. Ja, aus! Oh! Warte, Bouncing-Ground, oder? Bouncing-Ground und Low-Gravity. Oh shit. Alter, fuck! Uh! Ah, fuck! Nein! Nein, schon wieder! Nein! Du wirst mich zerfarschen. Ich hab grad irgendjemand von euch nach vorne geschlagen. Double Boogie! Ja, ja, ja. Alter, mit nem Puck ist das voll geil mit den Hüten. Junge, Alter. Das sieht so schade aus. Was habt ihr denn auf dem Kopf? Ich hab ne Honigwabe, oder was soll ich mir das sein soll? Merle an den coolsten Hut, Mann. Ja. Was ist denn das? Das ist so ein Schädel. Das ist so ein Schädel. Das ist so ein Schädel, ja. Hey, ich hab's dann auch mal geschafft. Oh, doch. Mein Hut, ey. Da war schon enttäuscht, dass du nicht wieder zurück bist. Holy shit. Huiüss. 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 Hui. Ich sag dir wieder was. Merle, das ist jetzt dein letzter Schlag. Verkack's nicht. Merle ist bei dem Boden voll Camouflage. Camu. Flage. Auf geht's! Fuck, fuck, fuck! Oh, oh, fuck, nein! Warum bin ich gesprungen? Wo lande ich denn? Irgendjemand von euch hat mich jetzt... Merle, du bist gespawnt und dadurch hast du mich weggeschlagen. Kein Ding, ey. Nein! Oh nein! Oh, das ist so eine Scheiße. Nein! Damit kann ich noch leben. Drinnen, oder? Ich krieg's nicht hin, Alter. Ja, und ich... Hä? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, was war das denn für ein Skillshot, Merle? Ich weiß... Ja, naja. Ja, 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 ja. Double Boogie, ich bin nicht zufrieden. Weißt du, auf einen Skillshot von Merle kommen einfach zehn Fails Shots. Mist. Die Musik auf der Map ist auch irgendwie so richtig... Du, 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 du... Das ist so happy tree friends. The Map ist auch voll happy tree friends, Alter. Oder ein LSD-Trip, halt. Scheiß auf den Keks! Das wollte ich gerade auch machen. Oh shit. War vielleicht... Boah, das ist... Wo bin ich? Tidus, wo bin ich? Jaaa! Birdie! Nein, das füßt ihr mir jetzt nicht an. Justness is mega nice. Tidus. I like. Was? Ich seh Tidus gut gar nicht, fällt mir grad so auf. Das ist halt so ein Nest mit drei Eiern drin. Ach, das hab ich auch. Hat Simon einen Hut? Ja, Simon hat die Bienenwabe. Winsichtlich. Siehst du meinen Hut? Ja, ja. Ich kann dich ja grad schlecht spektaten. Nein! Nein, doch nicht da hin! Doch nicht da hin! Du kleidest, ich will raus! War auf zu springen, Alter! Klapscher, klapscher! Alter, wenn du's hinhauen! Oh mein Gott! Nein! Nein! Geht schon! Geht schon! Alles offen! Ich will nicht zurück, nein! Geht alles gut! Alles okay! Die Honigwabe wird niemals aufgehen! Jetzt musst du aufgehen! Endless bouncing! Oh, das ist geil, Alter! Nein, jetzt geht's wieder von vorne los! Come to me! Nein! Ich hasse mein Leben so sehr! Voll Kontakt! Ich dachte, vielleicht funktioniert's ja! Jetzt nur in die andere Richtung zurück! Ja! Ja! Jetzt muss ich mal so richtiger Golf sprechen zu kommen! Konzentration! Der Fokus liegt auf dem Puck! Ich hasse mein Leben so sehr! Dieser scheiß Keks! Danke! Das Ziel liegt unter 10 schlägt! Danke! Oh! Kackdinge, ey! Wui! Fuck, Alter, was? Alter, was? Wo bin ich denn da gelandet? Kann's lang sein! Danke! Wer auch immer mich geschlagen hat! Brauch ich keinen Schlag dafür! Ja, what the fuck, warum hab ich jetzt vier Spiegel? Wuuu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wer auch immer mich grad weggeschlagen hat, den liebe ich! Nein! 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 Wer auch immer mich grad weggeschlagen hat, den liebe ich! Der hat mir schon mal aufs Loch gehauen! Das war, glaube ich, ich! Oh, Merle! Alter, du Baumzucker! Merle ist nochmal falsch! I will spinn my head right round! Right round! Right round! Oh! 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 Kratschen! Kratschen! Oh mein Gott! Wie bitter! Das ist halt echt bitter! Das ist halt echt bitter! Die Musik! Du 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 du! Ja! Zu stark! Get raked! Wee! Si! Bei Schläge danke Timm! Kein ding alter! BILI!!! BILI! BILI wix! Was für BILI wix alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott das war zu doll! Fucking! Oopsie! Kann das werden! Ja, 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 das ist was, das ist was. Nein, oh. Ferde. Ab auf die Schokolade, Toblerone. Toblerone. Jawohl, das war sogar gut. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Die Schweizer, die Drextippen. Mann. Toblerone. Simon, da hilft auch kein Springen mehr. Aber ich will nur sehen, wie meine Honigwaffe wackelt. Allein, um es ein bisschen rassistisch zu machen, müsste Simon eigentlich ein Schnitzel auf dem Kopf haben. Das wäre geil, Mann. Dann möchte ich bitte einen Marskrug auf meinem Kopf. Vielleicht gibt es irgendwann so ein Schnitzelskin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das schaffe ich auch. Alter, was soll das denn? Oh ja. Moin, moin, moin. Oh Gott. Was zum... Los, Merle, springen. Alter. Hey lol. Hey lol. Was passiert hier? Ja. Was hat es dir jetzt gebracht, zurückzuspringen? Prössitig. Sie will die magische Reise durch den Donut. Das wird so nicht funktionieren. Ich glaube auch, dass das eher kontraproduktiv ist, was du hier betreibst. Vom Donut aus. Aber wir müssen ja irgendwie über die 10 Minuten kommen. Ja, das sind wir schon langkriegen. Wir sind bei 28. Aber nein, das sollte ich nicht. Los. Verschleiden. Du, es. Oh, 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 oh. Oh, no. Oh, so sad. Ja, wie viele Schläge hat sie noch? Ähm, drei. Jetzt nur noch zwei. Ich glaube, das geht gar nicht. Ja, anstatt dass du dir einfach mal den regulären Weg... ...konstruktive Kritik, aber ich glaube, dass du machst gerade scheiße. Richtiger YouTuber. Eieiei. Du siehst doch, selbst wenn du durchkommst, das funktioniert nicht. Sie will einfach zum Spielplatz. Das sieht man doch. Da bin ich zuerst auch gelandet. Ja, ich bin fast in Hole 13 gewesen. Da hinten dieser Donut mit den Armen und den Beinen, Alter. Der macht mir Angst. Holy shit. Nein. Ho, ho, ho. Nein, nein, nein. Pff. Witzig, Mann. Nein. Ja, du musst gar nicht reden. Nein. Oh Gott. Unkraut, hilf mir. Warum drehst du dich mit mir? Nein, nein. Was machst du da? Das Unkraut ist so programmiert, dass du dich mit der Kamera drehst. Das ist 2D. Das ist ein 2D-Modell. Unkraut.png. Ja, ist das wirklich. Oh, komm. Waffe, hilf mir. Nein, 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 nein. 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 Bitte. Muffin. Immerhin verzweifle ich da hinten gerade nicht so wie sie. Ja. Dann willst du mich verarschen. Fucking Unkraut.png. Das ist so licht. Das ist so behindert. Der hat da in Paint irgendwas gezeichnet und das dreht sich dann einfach mit. What the fuck? Der Donut hat mich gerackt. Annal. Nein. Ja, 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 oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ja, Birdie. Bin ich in dem... Merle? Ja. Willst du stärker schlagen? Nein. What the fuck? Willst du schwächer schlagen? Geht schau, geht schau. Geht schau. Halt die Rasse. Oh shit, da ist ja ein Abgrund, aber der ist natürlich kein Problem für mich. OMG als ob. Double bogey. Double bogey. Ist das denn das Hundewelpen? Ne, das ist ein Eier. Was? Ich dachte, das ist ein Korb voller Hundewelpen. Oh, das wäre schon niedlich. Du spürst einfach mit Hundewelpen auf dem Kopf Golf, oder wie? Ja. Immer. Sie wohnen. Und dann schlägst du sie mit den Golfschlägen. Zwei Punkte. Oh Gott, das wird doch jetzt richtig Aids. Alter. Ähm. Ich bin in den Zuckerstangenwald gelandet. Nein. Nein. Alter. Das funktioniert doch nicht. Fuck. Boogie. Als ob. Oh, fuck die Masse. Was warst du da oben? Boogie. Na halt, ausschau, wo ich hin muss. Also, ich hatte den ersten guten Schlag, also beschweren kann ich mich daher weniger. Ich hätte das in zwei Schlägen machen können, aber ich habe dann drei Dumme gemacht. Lol, Tidus. Lol. Tidus cheated. Tidus verleihen dir Kraft. Aus den Eiern schlüpfen sicher mal Hunde welpen. Safe call. Tidus, du musst dich da hoch. Du musst noch bis unten. Ich habe Biologie studiert. Na, Unkrautpunkt PNG. Wo muss er hin? Da runter. Wenn du jetzt Frontal 21 da in die Gegend springst, nicht da hin. Hä? Du siehst, durch den grünen Gelatineblock siehst du die Fahne schon. Du musst Frontal 21 gegen die Fahrbahn. Ja, und jetzt hätte ich springen können. Und jetzt ist dein letzter Schlag, Tidus. Ja, jetzt hätte ich springen müssen. Eingeloch. War denn das? Das war die, die Label waren. Nein. Nein. Oh, oh mein Gott. Wer hat mich weggedrückt? Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, 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 ja. Nein, nein. Komm schon. Nein, komm schon. Ja, ja, hold on one. Nein. Nein. Ach komm. Oh, Donut, Donut. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm los. Fuck. Bitte. Was? Nein. Ja, es klappt. Das war doch geil. Hat die da einfach eine Eins stehen? Ich glaube es nicht. Ich weine, Alter. Ich weine. Wo, 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 wo? Hä? Was macht ihr da für einen Scheiß? Ich gehe zum Schraut.BNG. Irgendeiner von euch Mixern hat mich gerade blockiert. Nein. Nein, Unkraut PNG. Ja, oh mein Gott. Nein. Unkraut PNG. Nein, nein, nein. Boogie. Ja, nein, ja, nein. Was denn nun? Nein. Ja, 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 ja. Ja, oh mein Gott. Was machst du da für Skillshaut? Hoch mit dir. Ohne Scheiß. Tim hat sich gerade gedreht wie eine Münze und nicht wie ein Puck. Vielleicht bin ich auch ein. Ich bin undercover, Alter. Do something, Pucki. So will Merle und Simon und Springen. Alter. Unterschied bei mir bringt es nichts. Oh, Merle, könntest du auch schaffen. Nein. Oh, 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 oh. Nein. Was? Nein, nein, nein. Ich kann nicht mehr. Alter, ist das geil. Nein, nicht. Bubble Boggy. Oh, so schön. Der Schädel springt noch ein bisschen rum. Wahrscheinlich passiert jetzt eh das gleiche wie mir. Ne, nicht mal. Horre. Oh, schön. Oh Gott, was ist das denn für ein Krebskack? I got this, Jungs. Oh, oh Gott. Danke. Oh Gott. Ach, komm schon. Drei Schläge. Ja. Fünf Schläge. Nein, nein, nein. Drei Schläge habe ich gebraucht, damit ich immer weiterkomme. Nein, 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 nein. Nein, das ist ja mein Herz. Nein, ich habe diese. Boah, Simon, Simon, Simon. Fuck. Ich bin pro. Ich bin pro, bro. Nee, erst bin ich über, also bin ich an der Seite lang, sondern geradeaus drüber gesprungen und dann über dieses Rollband bin ich auch drüber. Alles easy, Double Boggy. Oh, scheiße, Alter. Mein Augen. We can do it. Fuck. Was passiert da gerade? Wie sich der Kopf dreht, Alter. Merle, du kommst nicht vorwärts. Du springst gerade an der Stelle, das ist dir bewusst, oder? Oh, immerhin. Nein. Spring, spring. Spring, weiter, weiter, spring. Dann hat sich halt ein Ding gewastet. Ein Schlag. Holy shit. Ab zu Unkraut, PNG. Diese scheiß Musik. Die P-Klaude, die schlicht jetzt so krass. Ich habe es gerade schon fest. Ah, nee, noch nicht. Oh, vorbei. Bist du? Got this. Passt. Das Schild ist wie so eine Zecke. Das ist... Das ist... Das ist ein Fluch. Oh, oh, oh. Ach, oh. Ein Schlag noch, dann hast du's. Ja, genau. Und jetzt kommst du nicht mehr ins Loch. Unlucky. Heftig Unlucky. Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay, muss ich anziehen? Was? Nein. Oh, ich bin gegen Zuckerstangenbaum. Hole in one. Ich hasse die Perle. Dankeschön. Ach, halt doch dein Maul. Gut gemacht. Ach, halt doch dein Maul. Ich habe einfach hole in one. Geil. Ach, halt doch dein Maul. Ach, halt doch dein Maul. Ach, halt doch dein Maul. Mann, Merlin, du Homo. Du hast mich weggetrunken. Und halt auf die leichte Tour. Oh, 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 das geht wieder. Ach. Das ist echt zu viel. Alter. Oh nein, nicht das. Oh, da muss man ja gar nicht hin. Nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Oh Gott, welche war nochmal die richtige Rutsche? Ich glaube, links. Scheiß auf Rutschen, Alter. Nein. Wo ist das Ziel? Da unten, ne? Stimmt, scheiß auf Rutschen ist eigentlich eine gute Idee. Simon wieder hart an der Grenze. Merle, sehr gut. Ernsthaft. Ja, Pridus, ernster. Was machst du? Ein Slalom ist nicht genug, machen wir gleich zwei. Ist die noch am Start? Unkrautpunkt fehlen gehen. Da ist Wasserfunk-FNG. Viele ganz, viele kleine Wasserfunk-FNG. Ei, ei, ei. Habt ihr mal die Maus zu weg, habt ihr mal die Kamera bewegt. Okay. Das ist so behindert mit dem Unkraut. Ja, ich weiß es, ich hab's schon gesehen. Das schaut dich halt immer an. Nein! Ja, 108 geht schon. Oh Mann. Jolo. Nein! Ernsthaft jetzt. Ja, 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 nein! Mann. Ja, 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 ja. Oh, oh. Titus. Mann, krass. Ja, 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 nein! Okay. Ah, die Hunde welpen. Pring. Ernsthaft. Der Flip, weil er... Spring, spring, spring! Spring! Oh mein Gott. Ja, Titus. You can do it, I know it. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Willst du mal meine Zuckerstange lecken? Ja, sag aber, mag schon mal meine Stange lecken? Das ist schön. Das hat mir jetzt viel gebracht. Ich hab' selten so viel gelacht. Oh, left click while in water. Vielen Dank für diese wichtige Information. Information. Ja, look at this. Jaaa Nein Jaaa 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 Und Kraut Vergebt ihn nicht, Lull Ja, ja, ja Wo muss man denn jetzt hier hin? Das ist ein Job No, das sieht aus wie ein Job für mich Oh Leute, bin ich gut Nein, nein, nein Nein, nein, nein Ich bin weggejumpt Ist dein Ernst? Hui Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Vorletzte Bahn, Alter Ja, ich hole jetzt noch auf Ich hole auf Wenn ich wüsste, wo ich hin muss Das greift mich grad auch Ich geh mal davon aus, dass man da rum muss Okay Oh, 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 oh Aaaaaaah Nein Nein, das war zu weit Hallo, Unkrautpunkt für ING Ja moin Das hat mich nicht getrunken Das ist scheiß Vleespann Das läuft ja gar nicht Ja, ich steh da nur drauf Leute, was ist das denn jetzt? Ja, ja Ja Oh mein Gott Ernst du das jetzt? Hä? Nein Ich bin unter Wasser, hä? Ich bewege mich auf der Fließband gar nicht weiter Ich bin ich auch nicht Das ist noch super Oh Mann Nein Ich bin so ein Mongo, ich bin so ein Mongo Komm, geh rein Ja, danke Ich bin in so einen Trichter rein Ja, da musst du auch rein Echt? Guck dich Da kommst du zum Loch Oh Ich bin in einem anderen Loch, ist das auch inirsiniz? Das Das sieht man also Ich dachte ich muss jetzt von da oben weitermachen Das ist gerade auch, Alter Yeah Ui Nein Ja Spaß, das ist wohl nur für eine Person Warte jetzt einfach, bis nochmal jemand in den Trichter kommt Ja moin Ja, Moin! Oh, ich dachte, dass ich's bin. Sushi, einfach Sneaky an dir vorbei. Jure. Oh, das Jokes. Das ist jemand, Alter. Hast du mein Leben so sehr? Oh, ich kann da noch jemanden aufholen! Oh Gott, was war das nochmal? Nee, scheiß drauf, voll! Oh shit, voll, voll! Oh shit, war das geil! Oh shit, war das scheiße! Oh fuck, 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 fuck! Hä, wo müssen wir hin? Ach du Scheiße! Hä? Oh Gott, ich bin noch drin, yay! Hi Merle! Hallo! Ah fuck, fuck, fuck! Warum? Hör auf zu springen, Alter! Was passiert hier, ey? Der Bouncy Ground ist hier so böse. Nein! Nein! Nein, 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 nein! Ich glaube, hier geben wir alle Autostrokes, oder? Oh! Hä? Ich bin jetzt in so einer Rutsche. Oh, ich bin drin! Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, die rutscht! Ich hab sie bekommen! Ja! Oh Gott, ist das geil! Ich hab grad einen Streifen bekommen! Ich springe! Ich springe! Oh mein Gott, 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 ich bin drin! Ich bleib mittendrin liegen, natürlich! Do it, Tidus, do it! Do it! Nein! 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 Oh fuck, das war das! Ich werd doch so verhauen! Ich war so! Ich war so! Was zum Fick! Weeeee! Nein! Oh! Okay! Ersten Platz gesaved! Ich auch! Ich würd sagen, Merle hat gewonnen mit den meisten Punkten! Ach, es ging gar nicht um die meiste Punktzahl! Sag das doch gleich! Sag das doch gleich! Mensch! Ja, ich würd mal sagen, das waren jetzt 40 Minuten voller Hirnlosigkeit, wie wir Golf spielen! Ja! Und uns einfach nur wegpissen! Golf ist live! Golf ist live, meine Freunde! Ja, das cutten wir übrigens in vier Teile, damit wir auch von allen Videos profitieren! Ja, weil wir schalten jedes Mal sneaky Werbung! Ihr wisst, wir monetarisieren zwar nicht, aber... Krieg ich auch so schon genug Kohle! Muss man sich mal gucken, wie viel's... Kohle? Kohle! Halt's im Haul! Ihr könnt uns ja gerne in die Kommentare... Zeig nichts mehr! Ihr könnt uns ja in die Kommentare gerne Games schreiben, von denen ihr denkt, die sollten wir mal zusammen zocken! Die sich gut für dieses Projekt ereignen! Und das war's! Die Emotions stehen hoch! Ja! Also, wir hoffen, das hat euch gefallen! Wir hatten auf jeden Fall Spaß! Simon, möchtest du noch was sagen? Köhle! 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 Möchte doch irgendjemand von euch etwas sagen! Köhle! Ich möchte nichts mehr sagen, außer tschüss! Köhle! 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 Schönen wunderschönen Tag und rein und bis zum nächsten Mal! Ciao! Köhle! 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 Das muss jetzt schon noch jeder von euch tschüss sagen! Ja! Köhle! 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 Und sie hat noch nicht Tschüss gesagt. Du musst besser was googeln. Was musst du jetzt googeln, Alter? So streck gesättigst, Leute. Was machen wir denn? Und his name is John Cena! Warum? Keine Ahnung. Frag mich einfach nicht. Kann ich nicht aussprechen? Kommt was französisches, safe call. Ah ne, das könnte ich ja. Alter, Mann. Das wie dann, ja. Na gut, also haut rein.